Ich habe etwas herausgefunden. Niemand weiß es. Und wer es weiß, schweigt darüber. Ich bin die Quelle schlechthin. Großartig. Es ist seltsam, Sie in meinem Leben zu wissen. Seltsam. Ich danke dir. Yes. Was ist das? Haben Sie einen Heist, jemanden nicht zu haben? Können wir nicht die Wiese essen? Sie lebt. Ja, vor allem nicht. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Das Mann beim Witzeln lebt doch nicht mehr. Wenn ich mich nicht mal setzen könnte, stimmt das. Hallo! Willkommen. Ich habe den Füchstein einfach ein Zeichen in ihrem Geraden. Beobft! Johannes! Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020